Guten Morgen, ich bin schon wieder am Video bearbeiten da hinten und hab auch gestern Nacht bis zwei das gemacht irgendwie, wollte das alles nicht wie ich wollte und naja, ich bin mal gespannt ob das jetzt klappt, wir werden uns jetzt fertig machen, dann werden wir frühstücken und dann geht es auch schon los ins Gelände. Um 11.44 müssen wir alle spätestens da sein, denn da startet Luis und das wollte ich unbedingt sehen. Ja, wir sehen uns später wieder. Ich mache uns jetzt Pancakes, ich weiß nur gar nicht mehr wo die Schüsseln sind. Waren sie? Da war nichts. Nein, hier, sie haben sie gefunden. So. So, das will nicht rein. Dann habe ich hier Haftesacken und ein Messböcher. Hier. Alles parat. Ich habe jetzt schnell Frühstück gemacht und jetzt wird schnell gegessen bevor es losgeht. Und wo ist jetzt P18? Alter, ich dreh hier etwa durch. Okay, sind wir wieder bei Ikiwa. Genau. Jetzt steht wieder die andere. Pessie kann dir bestimmt was sagen. Legen sie halt einfach mal Musik an. Frag sie doch mal. Ja. Wo sind noch Parkplätze? Jetzt hier rechts und dann links. Okay. P18 ist es ausgeschildert. Okay, gut. Genau, aber in die Richtung. Okay, gut. Dankeschön. Nach einer Stunde haben wir dann auch mal einen Parkplatz gefunden im Parkhaus. Diese Parksituation ist so, wie kann man so eine Veranstaltung haben und nicht für genügend ein paar Plätze sorgen, die nicht genügend ausschildern und nur Probleme machen. Das verstehe ich nicht. Das muss doch geregelt sein. Das ist so nervig. Also die Laune ist beim Nullpunkt. Dann ist es auch schon geritten mittlerweile. Ich hoffe, sie war gut. Weil sie jetzt auch einen Parkplatz gewesen. Keine Ahnung, ich habe überhaupt keine Lust mehr. Ich bin kurz davor einfach wegzufahren. Oder wie. Hier. Ja. Hammernervig. Ich weiß auch nicht, wie man... Das kann doch nicht so unorganisiert sein. Und man wird von dem einen, zum Beispiel von P7, wird man dann zu P8 geschickt. Von P8 zu P3 und von P3 zu P18. Und die schicken einen alle hin und her. Und am Ende kommt man wieder beim Gleichen an und der sagt immer noch, ja, ist voll. Schön. Jetzt müssen wir erstmal den Shuttlebus finden. Weil wir auch keine Ahnung haben, wo der fällt. Also es wird immer besser hier. Dann müssen wir erstmal da hinkommen. Bis dahin ist die Prüfung wahrscheinlich schon zu Ende. Dann ist es 10 nach 12 und um 2 ist sie zu Ende. Ja, vielleicht schaut jetzt gerade noch zu Ingrid Klimtke und Michael Jung und so. Will ich auf alle Fälle hoffen, weil sonst habe ich richtig schlechte Laune. Ich will auch gar nicht wissen, wie viel wir verfahren haben an Benzin. Das ist so das Nächste. Also... So nervig. Und überall darf man einfach nicht packen, wo ich mir so denke, warum nicht? Übertreibt einfach mal. Ja, naja. Wir suchen mal den Shuttle. Äh... Wo ist der da vorne? Nach 4 8 meint der. Nach 4 8. Ach, das ist doch voll weit. Okay. Alles gut. Ach, die Reitner 2. So, wir sind jetzt auf der Geländestrecke. Eine halbe Stunde später, weil der Shuttle sich verfahren hat quasi oder falsch gehalten hat. Und ich drehe durch. Also wir haben gerade Sandra Offertstart gesehen. Und jetzt kommt noch Michael Jung und ich glaube Ingrid Klimtke. Und dann ist aber auch schon zu Ende. Und das war das wichtigste Spring für uns. Das ist richtig nervig. Das ist richtig nervig. Und jetzt geht's auf der Strecke. Sie führen sich. Es geht los. Ja, ich fäng das hier los. Ja, ich fäng das hier los. Das ist richtig nervig. Das ist richtig nervig. Und jetzt geht's mit der Strecke. Und dann geht's mit der Strecke. Und dann geht's mit der Strecke. Die Strecke haben wir noch gesehen. Michael Jung. Ein bisschen. Und wir laufen jetzt zurück. Also die Karten haben sich überhaupt nicht gelohnt. Aufgrund dieser scheiß Parkplatzsituation. Und dann auch noch diesen blöden Shuttlebus. Da hätten wir auch noch sowas von Zeit gesperrt. Wir standen da echt lange in diesem Bus. Und es wurde halt auch super heiß. Und wir waren da hinten irgendwo. Und mussten wir... Nee. Da muss man dann einmal schräg rüber gehen. Und sie hat uns dann einfach nicht rausgelassen. Die Busfahrerin. Damit sie uns einmal nur links rüber fahren kann. Und wir waren alle schon so... Lasst uns raus. Aber gut. Kann man nicht ändern. Jetzt laufen wir zum Auto und verzichten auf Shuttle. Aber vielleicht, wenn wir Glück haben, können wir den Parkplatz heute Abend noch benutzen. Da gucken wir noch das Spring. Das ist halt super schade. Die Geländeprüfung wäre halt genau mein Ding gewesen. Und das war für uns beide am wichtigsten. Und jetzt haben wir so wenig davon gesehen. Was halt super Essen ist. Und wir haben alles rechtzeitig geplant und so. Aber niemand könnte wissen, dass wir über eine Stunde einen Parkplatz suchen. Naja. Und... Wir machen uns jetzt auf den Weg zum Auto. Und wir sind dann überlegen, ob wir noch nach Köln fahren in die Stadt. Und... Da ein bisschen... Oh, ist windig hier. Wir müssen jetzt noch voll weit laufen. Da wir zu früh in die Straße gegangen sind. Jetzt müssen wir nochmal komplett da hin. Aber wir können schon das Parkhaus sehen. Hat schon was Positives heute. Ich weiß nicht. Heute geht irgendwie alles schief. Vor allen Dingen ist es heute super warm. Und das waren Menschenmengen da. Das war eklig. Also das war echt... Oh, man konnte nicht mal mehr durchgehen. Die durften auch von der einen Seite gar nicht mehr da rein. Aber anstatt das schon vorher zu verhindern. Das weiß man doch. Dass da viele Menschen kommen. Das war... Keine Ahnung. Also... Es war einfach super unorganisiert heute. Gestern war das voll gut organisiert. Aber... Ja... Hm... Weiß ich nicht. Eigentlich... Das ist ja schon längerer... Schon längerer? Das ist ja schon länger hier. Deswegen verstehe ich nicht. War das nur dieses Jahr so? Oder fällt das keinem auf? Ist das sonst besser? Ich weiß es nicht. Yay! Wir sind jetzt im Parkhaus. Wir haben unser Auto. Super! Ich habe wirklich keine Lust mehr. Und wenn wir jetzt nach Kellen fahren, können wir wieder Parkplätze suchen. Ich glaube, das funktioniert da besser als hier. Und kann es wieder gehen? Ja. Abfahrt. Gute Laune. Gute Laune. Vergessen. Bei allen geht hier Grund, warum ich nach hinten gegangen bin und ausgestiegen bin. Damit ich das scheiß Ladekabel schon mal rausholen kann. Dann... Wir kennen unser Navi. Ich berechne. Mehr kann er nicht. Und mein Handy ist halt da Profi drin. Es ist traurig, dass das schneller ist, fand ich. Als Mercedes. Was ist das? Ja. Wie filmst du? Ich wollte gerade mein Handy aufraten. Voila. Vielleicht war es doch nicht ganz das Handy. Vielleicht ist das hier. Und wir kommen erst um halb drei an. Aber es geht. Also um 25 Uhr nach. Ich will wieder einen Parkplatz bekommen. Was geht hier? Rechner. Berechner. Rechner. Rechner. Meint das Navi jetzt also, dass wir neben der großen Straße fahren? Die rote Rechner. Ja. Wie? Die Sonne auf dem Ding. Was ist das? Ach, dann sind hier die Bäume wieder, ne? Ja. Aber da können wir nicht verhalten. Wir halten. Wir sind in Köln im Parkhaus. Und haben jetzt ein anderes Parkhaus. Weil genau die Straße, wo wir immer längs mussten, ist gesperrt. Also irgendwie alles gesperrt. Warum bauen die alle? Wer kommt auf die Idee, alles zu bauen? Warum nicht im Winter? Da hat doch eh keiner Lust rauszugehen. Wir sind jetzt wieder im Parkhaus, wo wir heute morgen beim CHO geparkt haben. Aber zu früh, denn wir können erst zur Abendveranstaltung rein. Ich habe mir doch schnell was anderes anziehen, denn kurze Hose ist mir doch ein bisschen zu Also nochmal, wir sind jetzt wieder bei dem Parkplatz, wo wir heute morgen beim CHIO geparkt haben. Aber zu früh, deswegen. Ich bin auch super müde. Ich möchte eigentlich nur noch schlafen. Ja. Aber ich werde mir noch schnell was anderes anziehen, denn kurze Hose ist mir doch ein bisschen zu kalt jetzt. Und ja. Dann gehts wieder los. 27 Grad. Ja, noch sind 27 Grad. Aber sobald wir da sind, es geht ja bis 22 Uhr, glaube ich. Dann wirds kalt. So, schnell umgezogen. Und dann gehts los. Ich habe verdammt großen Hunger, denn wir haben heute nur Frühstück gehabt und gerade eben ein Brötchen. Ja. Sehen schön aus. Hm? Sehen schön aus. Ja. Ah Gott. Und jetzt dann los. Kann ich jetzt auch noch Haarstallist? Ja. Ich habe keine Hand mehr frei. Kannst ja wie gestern die auch noch geletten. Wenn du mir eine Steckdose gibst, mache ich das auch noch. Ja. Es war entspannt, wenn man das nicht machen muss. Ich hasse Haare. Danke schön. Danke schön. Danke schön. Fertig? Fertig. Abfahrt. Ja, das habe ich mir auch gerade gefragt. Ja, das habe ich mir auch gerade gefragt. Ja. 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 Und jetzt haben wir uns den Packer-Lager. Das war's für heute. Vielen Dank. 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 Ich weiß gar nicht, wie lange sind wir hierher gelaufen? Eine Viertelstunde? Ja. Alles nass. Und jetzt noch mal eine halbe Stunde nach Hause fahren. Ja, läuft. Ich bin nun frisch geduscht. Und dann bin ich ganz schnell unter die warme Dusche gesprungen, da mir auch so kalt war. Wir werden uns jetzt hier noch einen schönen Abend machen. Und dann sehen wir uns, das ist so komisch, das ist so komisch, das ging so schnell rum, aber es war ein schönes Wochenende.